Hallo und herzlich willkommen zum Test des Samsung Galaxy Tab S 10.5. Schon oft wurde ein Samsung Tablet als iPad-Killer angekündigt. Doch mit dem Galaxy Tab S ist es nun wirklich so weit. Zumindest in den meisten Testkategorien. Wo das Tab S das iPad abhängt und wo das Apple Tablet die Nase vorn hat, klären wir in diesem Video. Leicht, flach und schön. Samsung richtet beim Galaxy Tab S den Blick aufs Wesentliche. Ein hervorragendes AMOLED-Display und das leichteste und flachste 10-Zoll-Tablet auf dem Markt. Da die AMOLED-Technik keine Hintergrundbeleuchtung braucht, lässt sich das Galaxy Tab S mit 6,9mm und 468g so flach und leicht bauen wie kein anderes großes Tablet. Zum Vergleich. Das LTE-Modell des iPad Air wiegt 477g und ist 7,5mm hoch. Bei der Verarbeitung hat trotzdem Apple weiter die Nase vorn. Zwar ist das Galaxy Tab S sehr stabil verarbeitet und lässt nur bei festem Druck ein leises Knarzen hören, doch die Golfball-Ästhetik der strukturierten Plastikrückseite und die umlaufende, bronzefarbene Leiste sind weder optisch noch haptisch eine Konkurrenz für das Metallgehäuse des iPad Air. An die beiden Druckknöpfe auf der Gehäuserückseite lassen sich Schutzhüllen ans Tab S andocken. Werfen wir nun mal einen Blick auf das Highlight des Galaxy Tab S, das Display. 2560 x 1600 Pixel bei einer Displaygröße von 10,5 Zoll ergeben eine Pixeldichte von 288 ppi, etwas höher als beim iPad. Bei beiden Tablets ergeben sich dadurch angenehm klare Schriftzeichen und feine Farbverläufe. Auch bei der maximalen Helligkeit liegen die Konkurrenten ungefähr gleich auf. Das Tab S kommt auf gemessene 329 Candela pro Quadratmeter. Das iPad ist mit 340 Candela pro Quadratmeter nur unwesentlich heller. Doch durch die AMOLED-Technik erreicht das Samsung Tablet einen deutlich höheren Kontrast. Die Pixel sind bei Schwarz komplett abgeschaltet. Schwarz ist dann wirklich absolut dunkel. Dadurch wirkt die Darstellung auf dem Galaxy Tab S plastischer und detaillierter, was übrigens auch für die Farbdarstellung gilt. Durch die gute Helligkeit und den extrem hohen Kontrast lässt sich der Tablet-Bildschirm auch draußen noch gut ablesen, trotz leichter Reflektionen auf der spiegelnden Displayoberfläche. Auch der Blickwinkel ist sehr stabil. Doch perfekt ist das AMOLED-Display nicht. Samsung bietet verschiedene Farbeinstellungen für das Tablet. Wirklich zu ertragen ist eigentlich nur der einfache Modus. Selbst bei der anpassungsfähigen Anzeige, die die Darstellung optimal an das jeweilige Umgebungslicht anpassen soll, wirken die Farben bei Fotos und Filmen meist übertrieben satt und rotstichig. Sowohl das Tab S als auch das iPad Air haben sehr gute Displays. Doch das Galaxy Tab S ist dem Konkurrenten eine Nasenlänge voraus und kommt hier auf die Testnote 1,9. Machen wir gleich weiter mit der Performance. Samsung verbaut im Tab S den 8-Kerner Exynos 5420. Der ARM-Prozessor besitzt 4 Cortex-A15-Kerne mit maximal 1,9 GHz für aufwändige Rechenarbeiten und 4 Cortex-A7-Kerne mit bis zu 1,3 GHz für alltägliche Aufgaben. In allen Benchmarks gehört das Galaxy Tab S damit zu den schnellsten Tablets, liegt aber nicht ganz an der Spitze. Der A7-Chip im iPad Air schneidet immer ein bisschen besser ab. Egal ob im Browsertest Sunspider oder in den 3D-Benchmarks GFXBench und 3DMark. Und selbst der Snapdragon 800, den Samsung beispielsweise ins Galaxy Tab Pro 8.4 setzt, überflügelt den Exynos 5420 knapp. Im Alltag macht sich das nur an wenigen Stellen bemerkbar. Auf Webseiten mit sehr vielen Bildern stottert der Browser zum Beispiel ab und zu beim Scrollen. Auch das Aufzoomen geschieht anders als beim iPad nicht in Echtzeit, sondern immer mit kurzer Verzögerung. Das enttäuscht ein wenig, denn Windows-Tablets und auch andere Android-Tablets bekommen das besser hin. Allerdings müssen die meisten dabei auch nicht so viele Pixel bewegen wie das Galaxy Tab S. Trotzdem laufen auch anspruchsvolle Spiele wie Asphalt 8 absolut ruckelfrei und auch das 11ac WLAN fährt Top-Tempo-Werte ein. Insgesamt eine sehr gute Performance-Leistung, die das iPad Air aber noch übertrifft. Darum gibt's von uns die Note 2,0. Wie von Samsungs Android-Geräten gewohnt, bietet auch das Tab S viele spezielle Apps und Features. So ist beispielsweise der beim Galaxy S5 eingeführte Fingerabdruckscanner mit an Bord. Der ist beim Erkennen der Finger aber ziemlich pingelig und nervte im Test mit zahlreichen Fehlversuchen. Auch nicht wirklich ideal. Zum Registrieren des Abdrucks soll man den Finger 8x scannen. Man kann aber auch 8 verschiedene Finger nur einmal scannen. Der Fingerscanner gibt das Tablet selbst dann frei. Ein hohes Sicherheitsgefühl vermittelt das nicht gerade. Neu ist die Funktion Sidesync. Damit lässt sich der Bildschirm eines Samsung-Smartphones aufs Tablet spiegeln und dort bedienen. Allerdings nur in querlend langsamem Tempo. Android ist in der Version 4.4.2 installiert. Der interne Speicher beträgt derzeit nur 16 GB. Eine Variante mit 32 GB soll folgen. Der Speicher lässt sich per Micro-SD-Karte um bis zu 128 GB erweitern. Das Netzwerk lässt mit 11 AC-WLAN, Bluetooth 4.0 sowie LTE für alle deutschen Mobilfunknetze keine Wünsche offen. Außerdem gibt's einen Infrarotsender, einen MHL-fähigen USB-Anschluss und eine 6-Megapixel-Kamera, die bei ausreichender Beleuchtung ordentliche Bilder macht. Die Ausstattung ist also mehr als ordentlich. Viel mehr kann man in ein Tablet kaum packen. Dafür gibt's von uns die Note 1,9. Kommen wir zum Schluss noch zur Akkulaufzeit. Bei einem mobilen Gerät nicht ganz unwichtig. Wie bereits erwähnt ist das Tab S mit 468 Gramm derzeit das leichteste 10 Zoll Tablet. Der Akku hat eine Kapazität von 7900 mAh. Bei der Akkulaufzeit macht sicher ein weiterer Vorteil des AMOLED-Displays bemerkbar. Es ist extrem sparsam, besonders wenn viel schwarz im Bild ist. Da schwarze Pixel komplett abgeschaltet werden, kommt das Tab S bei der Videowiedergabe mit vielen dunklen Bildanteilen auf hervorragende 12,5 Stunden. Beim Dauersurfen kommt natürlich mehr Weiß ins Spiel. Hier schafft das Tab S nur knapp 8 Stunden. Das ist zwar immer noch beachtlich, aber gegen das iPad Air, das auf 9,5 Stunden kommt, muss sich das Tab S geschlagen geben. Insgesamt überzeugt die Akkulaufzeit trotzdem und kommt auf die Note 1,9. Ist das Tab S nun der iPad-Killer oder nicht? Zeit fürs Fazit. Das Samsung Galaxy Tab S 10.5 ist ein fast perfektes Tablet. Es ist dem iPad Air in vielen Belangen überlegen, z.B. bei der Bildschirmqualität und der Mobilität. In anderen Disziplinen wie der Rechenleistung hinkt es den Konkurrenten nur knapp hinterher. Derzeit ist das iPad Air bei gleicher Ausstattung, also die LTE-Version mit 16 GB, 70 bis 100 Euro günstiger. Deshalb bleibt das Apple Tablet trotz des schlechteren Testergebnisses unsere Kaufempfehlung bei den Luxustablets. Doch üblicherweise fallen die Straßenpreise für Samsung Tablets sehr schnell, so dass das Galaxy Tab S auch hier bald vorbeiziehen könnte. Radio Tablet Radio île Radio Radio